Als Teil der großen Fußballfamilie möchte der BFC Dynamo den Familien und Freunden der Opfer der feigen Anschläge von Paris seine Anteilnahme und tiefe Trauer bekunden. Den zahlreichen Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung und die Rückkehr in ein lebenswertes und angstfreies Leben. Jeder Tote, jeder Verletzte des vergangenen Freitags ist einer zu viel. Als Geste der Anteilnahme bitte ich Sie nun um einen Moment der Stille. Der kann es! Das wird seine Motors begrüßen. Das ist nicht langer, nicht langer, genau. Wow, guck mal, ey. Wow, guck mal, ey. Wow, guck mal, ey. Wow, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wow, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wow, guck mal, guck mal, guck mal. Wow, guck mal, guck mal, guck mal. Wow, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wow, guck mal, guck mal. Wow, guck mal, guck mal. Wow, guck mal. Wow, guck mal. Wow, guck mal. Wow, guck mal, guck mal.